Im Church House Westminster, London, fand die erste Tagung des Vorbereitungsausschusses der Vereinten Nationen statt. Einer der ersten Schritte zur Realisierung der Weltsicherheitsurkunde von San Francisco. Während der ersten 14 Tage wird der Vertreter Chinas, Dr. Wellington Kuh, den Vorsitz führen. Hier arbeiten die Vertreter der 50 Vereinten Nationen an der Verwirklichung der Beschlüsse der San Francisco-Konferenz.